Jannik, fangen wir nochmal bei gestern Abend an. Wie ist dein Fazit zum Spiel zu gestern? Ich muss sagen, ich war überrascht, dass Kaufmann nicht so gespielt hat, wie sie gestern gespielt haben. Es war letztlich keine gute Leistung von Nede. Es war auch gut für uns, dass wir es ausgenutzt haben, weil es sind wichtige drei Punkte gegen so einen Gegner. 5-4 auswärts, besser geht es eigentlich nicht. Jetzt sind drei Spiele hinter uns, wir haben sechs Punkte, noch sieben Spiele. Wie gesagt, wir können noch etwas reißen und ein paar Punkte holen. Es waren gestern auch einige Fans aus Freiburg mit dabei, wieder einen Bus gefahren. Hier zu Hause werden es immer mehr Zuschauer, zuletzt gegen Frankfurt Rekordkulisse. Wird man da als Spieler nervös? Ich muss sagen, gegen Frankfurt war das Spiel schon ein Highlight. Wenn es hier rappelvoll und laut war, war es schon richtig schön, auch für jeden Spieler hier. Das ist ein Gefühl, wie man hier schon raus geht. Das ist echt geil, wenn man raus geht und jeder schreit. Das ist super. Das spielen wir auch viel besser. Vielleicht ist man ein bisschen nervös am Anfang oder so, aber wie gesagt, es pusht uns nach vorne. Und wie gesagt, die helfen uns auch ganz viel, die Fans. Zu deinem Spiel, wenn ich dich beobachte, du bist ein Spieler, der immer Vollgas gibt, immer voll dabei ist und auch oft tief vorcheckt in der gegnerischen Zone. Beschreib mal dein Spiel. Ist es deine Rolle, so weit da auch drauf zu gehen? Wie gesagt, ich bin ein Kurs eigentlich ziemlich schnell, muss ich sagen. Und mit meiner Breite kann ich eigentlich schon früher die Spieler stören, dass wir früher die Scheibe kriegen. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Aber wie gesagt, das ist auch jetzt die Aufgabe von mir, dass ich ein bisschen nach vorne vorcheck. Und ja, das war einfach die Aufgabe. Im Spiel gegen Frankfurt ist mir noch eine Zähne im Kopf. Da war Freiburg, glaube ich, ein Unterzahl. Du bist nach vorne gegangen, hast mit dem Schläger aufs Eis geklopft und mit dem Arm gefuchtelt. Was war da los? Ja, das probiere ich eigentlich immer öfter, weil so habe ich schon mal zwei Tore geschossen, dass der Torwart dann nervös war und einfach die Scheibe dann genau zu mir gepasst hat. Das ist schon, also wie gesagt, dann würden, und dieser Torwart, wo jetzt gegen Frankfurt war, im Tor stand, war jetzt auch jung. Und wie gesagt, da habe ich gedacht, vielleicht macht er irgendwie so einen Kicks und passt mir vielleicht auf den Schläger oder so. Ich probiere das immer nicht öfters, weil es ist, wie gesagt, das hilft auch ein bisschen manchmal, dass die ein bisschen nervöser sind und so. Und ja, so meine drauf gehen. Zur Aufstiegsrunde insgesamt. Jetzt nach drei Spielen sechs Punkte. Bist du darüber überrascht? Ja, schon. Also, wie gesagt, das hat letztendlich niemand glaubt. Das hat niemand, glaube ich, auch nicht richtig die Fans geglaubt, dass wir das so in den Start kriegen. Und das ist, wie gesagt, schon eine Überraschung und auch positiv für uns, dass wir das jetzt auch so gemacht haben. Also, wenn du jetzt an die nächsten Spiele denkst, daheim gegen Kaufbeuren und in Selb, worauf müsst ihr achten? Vielleicht erstmal speziell den Gegner Kaufbeuren, den vom Freitag, jetzt auch morgen nochmal die Überraschung zu schaffen, nochmal zu schlagen. Auf was müsst ihr aufpassen? Ja, aufpassen. Wie gesagt, wenn wir morgen gewinnen, dann haben wir sechs Punkte Vorsprung vor Kaufbeuren. Das wäre wieder ein ganz großer Schritt nach vorne und wir müssen einfach wieder von der ersten Mitte anfangen, ohne Fehler. Klar, Fehler sind immer, aber halt, dass wir probieren, keine Fehler zu machen und dass wir wieder mindestens zwei, drei Punkte holen. Das wäre super. Also, wie gesagt, das muss man jetzt Konzentration auf das Morgensspiel und dann sehen wir weiter, was dann passiert. Hast du schon mal versucht, so zu rechnen, zu überschlagen, wie viele Punkte braucht man, um Platz vier zu schaffen? Ja, klar, wir reden ja darüber, was da so... Aber wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel jedes Team zu Hause fünfmal gewinnt, dann reichen ja jetzt nicht. Wir haben gesagt, so vier Siege würden reichen, zwölf Punkte, aber wie gesagt, es wird vielleicht mit vier, fünf Siege reichen. Mal gucken. Also, da kann man jetzt nicht so irgendwie spekulieren, einfach Spiel zu Spiel, weiter, weiter und so viele mögliche Punkte holen, wie es geht. Nach über 50 Spielen mittlerweile und Eishockey zu Sommertemperaturen, auf was kommt es da mehr an? Auf den Kopf, dass man nach so einer langen Saison auch noch psychisch dabei ist? Oder ist es eher die Physis, dass du sagst, jetzt kommt es auf den Körper an? Beides, also jeder muss sich ja vorbereiten, also jedes Spiel, klar ist man müde, aber wie gesagt, mit so einer Kulisse hier muss man sich freuen, dass wir das spielen dürfen. Das macht ja eben Spaß und wie gesagt, das muss man genießen, diese Spiele hier. Ob jetzt jemand müde ist oder nicht müde, das kann jetzt niemand irgendwie dran denken. Wir müssen einfach weitermachen, dass wir das Ziel erreichen, dass wir mindestens den vierten Platz kriegen. Hast du schon mal so lange gespielt, bis in den April rein? Ja, mit der Juniorenmannschaft, wo ich mit Pilsen extra Jahr gewonnen habe, da waren wir schon fast so bis den zehnten oder so, haben wir gespielt. Aber das war noch einmal Ziel. Du bist in Karlsruhe geboren und hast in Pilsen im Nachwuchs Eishockey gelernt. Wie, erzähl mal, wie es ist dazu gekommen? Ja, meine Mutter ist ja Tschechin und ich habe da eigentlich mit so ganz, wo ich noch klein war, Studium und so, habe ich in Esslingen gelernt. Und dann aber hat es mir eigentlich mehr Spaß gemacht wie Tennis, Eishockey. Und dann haben wir mit meiner Mutter gesagt, dass wir dann quasi rüber gehen nach Tschechai. Und da habe ich dann quasi in der zweiten Klasse angefangen dort mit Eishockey zu spielen und auf so einer Eishockeyschule. Ja, und wie gesagt, dann hat es ja eigentlich angefangen richtig so, in der sechsten Klasse war es dann richtig schon Profi und so. Dass wir halt dann echt, wie gesagt, morgens vor der Schule Training gehabt haben, nach der Schule Training gehabt haben. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und quasi bis zum Juni habe ich dann in Pilsen gespielt. Das heißt, du sprichst sowohl Tschechisch als auch Deutsch? Beides, genau. Ich weiß nicht. Lest auch ab und zu was Tschechisch von dir? Also ich kann beides, also genau gleich. Wenn du über etwas nachgrübelst, denkst du dann in Tschechisch drüber nach oder in Deutsch? Also wenn ich zum 10 oder so Zahlen im Kopf habe, dann... Okay, wenn ich dich hier im Umfeld immer so sehe, du bist immer gut drauf und richtig einfach mit Spaß bei der Sache. Bist du schon 100% hier in Freiburg angekommen? Ja, also in der ersten Woche, wo ich hier war in Freiburg, hat mir alles, wie gesagt, ich war in Degendorf eigentlich unzufrieden, sehr unzufrieden. Und wo ich dann hierher kam in die Mannschaft, war alles wieder positiv. Super Leute, Mitspieler hier auch, die Stadt, das ist alles, macht Freude hier. Und wie gesagt, ich genieße es hier richtig. Also es macht mir wirklich Spaß auch jetzt in den Playoffs hier. Das ist einfach ein Traum. Habe ich lange nicht mehr erlebt, sowas. Und ich bin sehr froh, dass ich hier spielen darf. Dann noch ein letzter Ausblick auf morgen. Was können die Fans von dir und von der Mannschaft morgen beim Spiel gegen Kaufbeuren erwarten? Ja, das ist, wir müssen einfach von der ersten Minute kämpfen, kämpfen. Und dann wird man sicher irgendwie ein paar Punkte oder ein oder zwei Punkte, das ist ja auch eigentlich, jetzt jeder Punkt ist wichtig. Und wenn wir jetzt einfach kämpfen und die Defensivarbeit gut machen, dann können wir sicher irgendwas wieder reißen. Deswegen, da glaube ich auch, die ganze Mannschaft glaubt dran, dass wir es wieder packen. Ich drücke euch die Daumen. Dankeschön, alles klar. Bis morgen.